Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 13. Juli. Heute dabei neue MacBook Pros, Apple Lederhüllen, TimeHop, Microsoft Teams und Fortnite. Ja, völlig überraschend hat Apple aus dem Nix die MacBook Pros aktualisiert. Tja, wie gesagt, unerwartet, aber dann auch noch ganz ordentlich, würde ich mal sagen. Also natürlich, logischerweise, Prozessoren und Chips wurden auf den neuesten Stand gebracht. Unter anderem können die MacBook Pros jetzt auch das True Tone verfahren, wo sich das Retner Display an die Umgebungs, ja, nicht Farben, sondern an die Beleuchtung anpasste und entsprechend, ja, natürlich ihre Farben darstellt. Ihr kennt das vom iPhone und iPad, wie gesagt, schon. Dann wird an der Tastatur rumgeschraubt. Die soll jetzt leiser sein. Die ist ja leider notorisch laut bei den neuen MacBooks mit der Butterfly-Tastatur. Und ja, wie schon gesagt, Diverses in Sachen Chips für die Details. Könnt ihr euch den Link in den Show Notes angucken. Oder ihr geht einfach auf die Webseite von Apple, dann habt ihr die Infos parat. Und wenn ihr schon da seid, dann könnt ihr jetzt eventuell auch schon im Shop das neue Ledersleeve für die MacBook Pros entdecken. Ja, es hat ja letztes Jahr angefangen. Es gab ein Ledersleeve für das normale MacBook. Und da haben sich schon alle gewundert, warum denn nicht für die MacBook Pros? Denn da ist ja auch Geld zu verdienen. Und jetzt ist es soweit. Also zusammen mit der Aktualisierung der MacBook Pros gibt es jetzt auch endlich eine Lederhülle oder ein Ledersleeve, um es besser zu sagen, von Apple. Das Logo ist drauf und man zahlt natürlich auch einen stolzen Preis jenseits der 100 Euro. Das Sleeve gibt es in Brown, Midnight Blue und Black. Und ja, sieht gut aus. Ob es den Preis dann wert ist, das steht mal auf einem anderen Blatt. Wir hatten ja die Tage schon drüber geredet. TimeHop, der Dienst, wo man diverse soziale Netzwerke verknüpft und dann wie so eine Art Zeitmaschine am Tag morgens eine Info bekommt, was man wo wie vor beispielsweise sieben Jahren gepostet hat. Der wurde ja gehackt und da sind Daten von 21 Millionen Nutzern abhandengekommen. Und damals wird gesagt, nur die Namen, E-Mail-Adressen und vielleicht noch Telefonnummern. Aber anscheinend ist doch mehr passiert. Denn nun hat TimeHop informiert, dass auch unter anderem das Geburtsdatum und das Geschlecht der Nutzer auch in den Daten enthalten ist. Aber mehrere andere Sachen wie Finanzinformationen und Social-Media-Accounts sind es eben nicht. Das ist immer noch eine gute Sache. Auch wenn die ganze Sache an sich natürlich nicht so toll ist. Und ja, Geburtsdatum, Geschlechter, da kann man schon ein bisschen Profiling mit machen. Aber gut, dass, wie gesagt, TimeHop da auch ein bisschen proaktiv ist und die Nutzer informiert, was da passiert. Das macht ja auch nicht unbedingt jeder Dienst so vorbildlich. Ja, ein ganz anderes Thema. Microsoft Teams. Das ist ja der Konkurrent zu Slack, den Microsoft vor kurzem erst auf den Markt gebracht hat. Und es wurde damals schon gesagt, es sollte eine kostenlose Version geben. Denn auch Slack kann man ja kostenfrei verwenden, bis zu einem gewissen Maße. Und Microsoft Teams war logischerweise in Office 365 integriert. Aber es gibt nun auch eine Standalone kostenlose Version für Teams von bis zu 300 Mitarbeitern. Und da kann man dann halt chatten, zusammen im Team arbeiten und natürlich idealerweise auch integriert die Office-Apps verwenden. Falls das was für euch ist, schaut es euch mal an. Und ja, ist auf jeden Fall interessant. Ähnlich wie auch Slack erweiterbar. Man kann beispielsweise Evernote und Trello andocken. Und ja, zum Testen lohnt es sich auf jeden Fall. Außer man ist da schon sehr festgelegt. Und letztes Thema für heute, Fortnite, das extrem populäre Spiel von Epic Games, ist seit gestern in der Season 5 verfügbar. Sprich, es gibt halt neue, ja, Spielsachen, um es mal so zu sagen. Ja, wenn ihr Gamer seid, dann habt ihr es wahrscheinlich ihr schon installiert. Es gibt natürlich logischerweise auch wieder einen Battle Pass und der hat es halt auch in sich und kostet 150 Währungseinheiten innerhalb des Spiels. Ich bin da ja jetzt nicht so firm, obwohl ich es mir witzigerweise heute auch noch von meinem Praktikanten habe erklären lassen. Denn man muss ja wissen, was so passiert. Ja, und das war es auch schon für heute und damit auch für diese Woche mit dem Geek Talk Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Freitag und natürlich ein großartiges Wochenende. Ich verabschiede mich in den Urlaub und ab Montag übernimmt der Martin wieder und versorgt euch mit News. Bis denn. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.